und herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme destiny das hexeprojekt so wir sind wieder alleine einmal only alone so waren die stehen geblieben weil die ganzen lohn roten so wir waren hier stehen geblieben das eben fertig zu machen da holen wir das mal alles hin aber jetzt silker touch alles weg und die musik die läuft im hintergrund weiter und ich mache jetzt noch mal kleine halbe stunde aufnahme sprich zweimal 15 weil ob ich jetzt eine folge 30 minuten machen oder zwei 15 minuten das ist eigentlich relativ schnutzpipigal hatte man das passt doch hier gar nicht ja hier kommt ja auch ist hier nicht auch noch wand 12 an hier wollte ich hier drei machen oder zwei würde ich das so machen vielleicht schau gerade mal was ist denn hier drunter hier ist die mauer die mauer ich weiß es gar nicht ganz genau und hier müsste die hier ist schon das loch hier ist die mauer okay so auf jeden fall erst mal weitermachen hier ein bisschen weg kaputt machen hier so einer zeit ich weiß ich gar nicht so viel erzählen kann ich auch schlecht was sie noch so vor wie auf jeden fall noch alles die uns einrichten automatischen automatische fahren für melonen steht an so mein plan alchemieplatz das wird aber nicht automatisiert beziehungsweise keine automatischen brauchstand den brauche ich nicht das kann ich händisch da reinschmeißen wenn ich das da meine das wäre richtig dazu sonst ist eigentlich das unnötig das wirklich als komplette maschine zu bauen natürlich klar ein reiz wäre dran ich hätte das automatisch und könnte mir dann die tränke einfach machen aber muss dann halt auch sehen dass ich das immer dann voll habe wenn ich dann sage ich komme ich mache nur ein paar händisch ab und zu mal dann kann das schon so okay sein so ist einfach nur dunkel ist noch gleich wieder was ich kenne das ja unsere spitzhack ist auch gleich ab und da ist sie kaputt gegangen im hauen rest eben noch so weg 61 und 64 das kriegen wir doch hin um so das so noch mal hier oben schon mal alles weg so jetzt haben wir vier und dann ist da mauer auch ja nicht warte mal ist die mal sieht die seite fertig lalalala können wir nämlich hier schon wasser einlassen in dem punkt natürlich hier weg machen wir noch mal da eine fackel hin da ist auch eine fackel die ist aber auch gleich weg hatte mal hier ist doch jetzt hier ist der mauer gewesen da ist er doch machen wir doch einfach mal so ne das ist auch ein bisschen blöd ne ich mache das jetzt noch einfacher ich mache jetzt hier eine reihe cobblestone rein und mache hier das so warte mal ich kann das gar nicht machen weil ich da nicht da hinten dran komme ich kann es auch so machen könnte das hier drüben auch machen dann hätte ich nämlich noch ein paar steine von denen mehr und hier kann ich mit dem kelch ich dachte ich kann mit dem kelch mehrere dinger sitzen ach so nicht wenn ich sneaker genau immer den tue den rein wenn ich sneaker dann nimmt er das ding wieder raus deswegen muss ich ganz vorsichtig ganz in der ecke machen denn dran geht so ja das war zu viel ich glaube hier vorne sitzt da die war glaube ich jetzt viel richtig ja irgendwo läuft jetzt drüber und möchte denn drüber das ist natürlich jetzt nicht geil so nochmal hier zumachen na komm schon na komm schon so und jetzt hier wieder offen kommt jetzt jetzt kommt er nicht drüber okay das ist jetzt richtig so dann wieder 1222 damit bald den wasserstrom in der mitte rein bekommen und die ganzen monster da rein fallen können so was ist denn da hinten los hier ist irgendwas falsch achso da fehlt einer das ist ja nicht so schlimm das ist ja schnell behoben hier an der stelle so das gleiche jetzt auch noch hier oh da haben wir wie viele steine haben wir noch auch nicht mehr so ich bin wem okay spielzacke spielzacke jetzt mal noch ein bisschen licht reinbringen licht 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 das ganz zu und da müssen wir mal gucken hier was wir noch haben beziehungsweise wie viele steine jetzt mittlerweile wieder gebrannt ist die wir da verbrauchen können oh das feld sieht auch fast fertig aus nice einmal das einmal dann haben wir wieder erst ein paar steine für koppelstern koppelstern ist eigentlich auch noch genug hier oben drin oh da ist auch fast die kiste voll oh halt stopp die nehmen wir gleich als erstes mit raus hier erze brauchen wir vor erst nicht gravel monsterschrott dann gehen wir mal kurz noch draußen hier ist doch noch suff ja hier ist doch noch hier jetzt können wir alles reinschmeißen cobble stone gravel oh mein kabel das ist gar nicht gut das muss mich da mal hinten hin alter schwede party hart da unten drin muss ich ja sagen aber da können wir ein bisschen immer so Tiere farm oder sowas ich weiß es nicht kurz haben wir ein headset sitzt wieder in Ordnung boah was geht hier ab ohne mit das lebt noch heftig hier mit mit den kleinen Viechern mit den kleinen Viechern ja komm wir nehmen erst die Spitzhacke das ist jetzt auch egal hier muss ich dran denken mal eben noch na ich komm ich geh gleich zwei direkt nach hinten dann mach ich es gleich richtig vorgleich wieder das Missgeschick wie drüben passiert Drive Fenstepron Monsterfalle oh Monsterfalle so Zweie hier Essen habe ich genug mit alles klar 29 Fleisch da komme ich locker noch die Nächte über mit aus Tack hier fällt natürlichCE Sandstone woder ich mache einfach die beiden da weg Macht diesen komischen Stein, hier diesen Stonebrick dahin. Oh, vergesse ich wieder die Hälfte? Ist ein bisschen Grell hier drin. Ah, besser. Da habe ich gerade noch die Lampe an. Alter Mistviech, das. So. Und nun das hin. Jetzt kommt hier auch Wasser hin. Da ist jetzt klar, dass die Fackeln jetzt verschwinden, weil ich jetzt da Wasser hingekippt habe. So, passt das? Das passt geil. Nun, wieder so ein bisschen eine Diaspitzhacke mit Effizienz und Silk Touch. Das wäre jetzt geil. Eins, zwei, drei. Dann machen wir hier Dreie. Dann sollten wir uns eine craften. Huh. War das ein Stick zu viel? Wir machen jetzt erstmal was gucken. Was kostet Silk Touch? Zwölf. Und Unbreaking. Was kostet das denn? 24 kann ich nur. Oh, geil. Verzaubern. Die ist doch besser dafür. Dann haben wir eine Fortune und eine Silk Touch Spitzhacke. Dann können wir die einfacher reparieren. Und die können wir jetzt da ausheben hier. Zu benutzen. Weiter nach unten zu gehen. Wie viele Blöcke? Ja. Warte mal, zwei müssen wir erstmal nach unten gehen. Und dann gehen wir an einem Punkt, gehen wir dann radikal nach unten. Irgendwie sagen. Wo machen wir das am schlauesten? Hier vorne irgendwo, ne? Wenn wir die jetzt hier ausheben, die Steine. Mit dem Zeug hier noch alles weg. Dann wäre das doch super, wenn wir da hier ein Wasserbett reinziehen. Und dann kommen die Monster auch da nicht direkt hoch wieder. Probieren wir mal eben aus. Ich weiß gar nicht, wie weit das Wasser denn von diesem letzten Punkt hier wieder hinfließt. Und da machen wir halt einen Tunnel da unten, der... Was müssen wir machen? Äh, zwölf, sechzehn Blöcke oder so. Damit die nur noch one gehittet werden müssen. Die spinnen unter anderem. Die Lohnrouten muss ich immer ein bisschen mehrmals hauen, weil die eigentlich nur... Gut, die kriegen Schaden durch Wasser. Aber nicht durch was anderem. Und das ist dann halt ein kleiner Nachteil. So. Ne, Keith. Das warte ich mal schön im Inventar. Keith Sutherlane. Diese alten, schlechten Witze. So. Oh, elf Minüt Gas. Dann, dann, dann. Äh, so. Und jetzt wollte ich ja am Ende wieder Wasser einkippen und schauen, wie weit ich denn da komme. Jetzt weiß ich ja nicht, warum ich da so vorne viel weggemacht habe. Hier hin? Okay. Dann würde ich doch glatt sagen. Machen wir hier doch zu. Machen wir hier einen Teil nach unten. Ziebeln das jetzt voll nach unten. Das sind jetzt, äh, gehen wir mal im Kreis runter. Eins, zwei. Drei. Vier. Fünf. Fackel. Eins, zwei, drei. Sechs. Sieben. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Tut mir leid, das ist jetzt gerade mitziller, aber ich muss das haben. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Und sechzehn ist Boden. Da ist Boden. Dann müssen wir jetzt so weit runtergraben und dann müssen wir uns wieder hochstacken, beziehungsweise irgendwo einen Punkt machen, wo wir dann runtergehen von der Leite aus. Dann würde ich sagen, hier, machen wir das mal eben so, einfach hier schön in der Mitte hinstellen und dann einfach drumherum weggraben, was das Zeug hält. Das wird dann wohl in der nächsten Folge passieren, tut mir leid, natürlich leid, aber muss fertig werden. Wir wollen XP sammeln, alles verzaubern und halt auch sammeln für Tränke. Und es explizit für die Spinnenaugen und danach wird es halt wieder auf Touren gehen, Battle Tower besiegen, Material sammeln. Dann kommt die Festung, wird dann nach und nach immer mit aufgebaut, halt was ich am Material unterwegs finde oder halt ein bisschen mit abbaue und dann kann halt nach und nach, wie gesagt, alles aufgebaut werden. Und halt natürlich durch Leder und sowas, was ich halt kriege, kann ich mir halt noch ein paar Big Packs mehr machen. Und das lohnt sich auf jeden Fall in dem Grunde, dass ich halt Material mehr mitnehmen kann und dann halt mehrere Tower hintereinander durchziehen kann, was natürlich auch für euch Besserheit ist, will ich mal hoffen. Also jetzt das Rumgebaut tut mir jetzt natürlich leid. Oh, da gehe ich gerade ans Mikro. Wie gesagt, das tut mir jetzt gerade leid, aber muss sein, weil ich will ja halt XP farmen, dass ich halt da nicht einen Mangel dran habe und das ist gut, es ist jetzt nicht die einfachste Farm, aber es ist eine effektive, will ich hoffen. Denn ich will ja meine Erfahrungspunkte haben. Boah, das Gravel, das müssen wir unbedingt mitnehmen. Da werde ich nachher noch viel dran suchen, wenn ich jetzt ein, zwei Smeltubbies mache. Natürlich weiß ich es noch nicht, wie viel ich machen werde. Das ist immer so abhängig von meiner Laune. Meistens eine oder zwei, dass ich halt unterschiedliche Sachen gleichzeitig brennen kann. Aber dazu brauche ich mal das Gravel und das Leben. Sand finde ich immer so in der Wüste. Na, so. Oh, ich verpasse. So, 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 so. Aber ich sehe es gerade. Einmal dies, oh ne, wir müssen einmal springen. Müssen leider disconnecten. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.